Die Königin öffnet mal nur ein kleines bisschen den Zelldeckel, reicht den Rüssel heraus, lasst sich von den Bienen füttern, solange sie noch in der Zelle ist, und kommt dann schon praktisch gestärkt zur Welt. Die Gewölkung wird ja passend, da sieht man es gut. Da, da, schau, siehst du die Bienenbrennen? Während der Begattung stirbt die Drohne. Wenn die Königin von ihrem Jungfernflug zurückkommt, behält sie 5 Millionen Spermien in ihrem Spermientäschchen. Die bleiben darin frisch, 8 Jahre lang. Darf die Königin? So. Sobald die Königin Eileige und verdeckelte Brut im Kästchen hat, wird sie dem Kästchen entnommen und kommt dann zum Versand. Das ist Nitro Autolack. Das ist jedes Jahr eine andere Farbe. Man findet jetzt erstens die Königin schneller im Stock, und dann weiß man gleich, wie alt sie ist. Die Königin bekommt für ihre Reise, die geht jetzt irgendwo hin in die Welt, trägt sie natürlich ihren eigenen Hofstaat mit. Jetzt kommt ein Rauchstoß, weil er die Königin nach dem Lack gestrichen hat, und jetzt noch Wasser. Jetzt lecken sie sich gegenseitig ab, und jetzt ist Freundschaft geschlossen. Und so geht es alles in Ordnung. So, 60 Euro. Danke. Eine Preisliste. Die Rechnung. Die Rechnung. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich